Musik Einstellungsgrößen haben wir mitbekommen und ein paar Grundlagen über die Kamera und ansonsten durften wir einfach mal machen. Aber das Ganze war dann so gut betreut, dass wir auch während wir da gedreht und gearbeitet haben, einfach schon am Lernen waren. Musik Wie bringe ich Emotionen in die Bilder rein oder wie setze ich inszeniertes um? Das ist eine sehr spannende Geschichte, die ich auf jeden Fall mitnehmen kann und die ich auch gleich vom nächsten Tag an verwenden kann. Musik 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 Musik